hallo liebe freunde willkommen zurück zu einem neuen unboxing csgo cases und heute kommen wir uns in dem brisma 2 case und wir schauen uns einmal an nach dem intro was alles so drin ist wie wertvoll es ist und dann gehen wir direkt ins game und machen ein paar kisten auf jetzt gleich so und da sind wir auch schon wieder direkt auf csgo stash und wir schauen uns natürlich an was so schönes in der kiste alles drin ist ich würde sagen wir fangen wieder von unten an von dem blue skins her ein revolver ist dabei optisch ganz in ordnung zwar nicht mein fall aus jetzt auch nicht verkehrt ja und den preisen her können wir jetzt nicht viel erwarten dann gehen wir einmal weiter richtung was haben wir eine cz auch die ist so ein bisschen kupferartig gehalten ist jetzt auch nicht verkehrt allerdings auch nicht mein fall negev naja meine meinung zu negev habe ich immer wieder ist so ein skin den brauchen wir nicht unbedingt negev wird viel zu selten gespielt dann haben wir in der mp5 die finde ich optisch eigentlich ganz geil ist noch relativ licht gehalten schöner stil gefällt mir ganz gut dann kommen wir zur auge tom cat wird sie auch gerne genannt hier liegen wir auch preislich relativ niedrig die prisma case ist auch schon ein bisschen älter die deshalb finde ich eigentlich ganz geil ist so ein bisschen an der ak black lemonade blue lemonade und red lemonade gehalten bin ich auch gar nicht so verkehrt auch hier liegen wir preislich auch bei stetrick schon relativ hoch wie im blues kind und für das alter von der case die awp wird immer wieder gern gespielt hier sind wir auch bei der selben night die hat den ähnlichen skin zieht jetzt optisch auch nicht verkehrt aus liegen wir bei factory news der track bei 799 und jetzt gehen wir hoch in den purple skin bereich da mal einmal eine auto tacker dabei selbst die preislich weise relativ seiten gespielt wird liegt sie jetzt nicht so hoch vom skin her ist so ein bisschen an fade gehalten ich spiele jetzt auch nicht schön die p2000 finde ich vom skin her sehr hübsch und bunt überwiegend purple und factory new liegen wir hier bei 4 36 auch nicht der hit wenn die pumpe die abgesägte schrotf dente finde ich sehr geil vom skin gehalten schön bunt wie immer und dann haben wir hier noch so eine hand grenade in der weltkugel form kannst du ein bisschen galaxy gehalten ist gar nicht so verkehrt auch hier liegen wir jetzt vom preis her für den purpose genau nicht so weit oben dann kommen wir weiter die richtung sg hier haben wir eigentlich so fast alles dabei die finde ich vom skin her sehr geil also optisch wirklich sehr sehr schön roter übergang richtung schwarz purple so in die richtung auch noch mit drin bin ich gar nicht verkehrt die everdream da gibt es auch eine awp davon gibt es jetzt auch eine scout bzw seitdem es die case gibt natürlich den skin kennt man so ähnlich schon liegen wir auch vom preis her jetzt nicht allzu weit oben und jetzt kommen wir schon richtung pink skin bin ich sehr hübsch habe ich auch mal im standard bild drin die swag 7 gefällt mir auch sehr sehr gut und dort liegen wir schon deutlich vom preis her höch gerade wegen upgrade die mac 10 habe ich auch im standard bild drin finde ich auch sehr schön die das sieht man gerade wenn man sie in der hand hatten sich so betrachtet im spiel sieht man dass die so ein fade drin hat so ein schimmern in verschiedene richtungen dann kommen wir richtung ak ak klassischer skin liegt natürlich vom preis dann her noch mal ein bisschen höher ist ganz okay ich finde es nur leider schade vom farblichen sehr sich sagen dabei gehalten ist jetzt nichts außergewöhnliches allerdings ist der skin halt schon cool getroffen sieht schon nicht verkehrt aus jetzt gehen wir richtung redskin ja die glock ist natürlich eine sehr schöne glock gerade für mich vorne schwarz dann geht es richtung und rüber ein paar munitions kugeln und hier liegen wir auch vom preis her natürlich sehr sehr weit oben und dann kommen wir richtung m4 die ist eher so ein comic stil gehalten sehr bunt ist in ordnung ist jetzt halt nicht meine standard waffe m4 a4 ist so das was ich spiele aber hier liegen wir halt auch vom preis her ziemlich weit oben factory news der track ist natürlich wäre edel mal gucken was heute rauskommt was haben wir denn alles an knifes mit drin wir haben einmal da war ja mit drin in allen richtungen und dann kommen wir stiletto bin ich ja ist okay natürlich kommen wir dann richtung tarnung und das finde ich natürlich eines der schönsten knifes und dann haben wir noch das urso snipe wir schauen mal was war heute rauskriegen ja ich würde sagen ich halte einmal rüber in game und dann werden wir die ersten cases mal aufmachen und gucken was wir rauskriegen so da sind wir auch schon wieder in game und ich würde sagen wir fangen direkt an wir lassen da nicht viel zeit mal mit der ersten case mal gucken wie es heute mit der bilanz später aussieht die sieht auch nicht verkehrt aus wie gesagt finde ich recht hübsche spiele ich leider zu selten da sind wir bei minimalware ne negev naja geht schon gut los mit der negev in der zweiten case abwarten oha da ist es so gut auch mal zeit roter skin geil jetzt müssen wir noch mal gucken was in factory oder sieht eventuell mit viel glück noch einsatz erprobt schauen uns nachher an lassen wir uns überraschen geil auf jeden fall schon mal roter skin wurde auch mal zeit körper nicht verkehrt factory nicht nicht verkehrt schauen wir auch später nach die amg hier haben wir einsatz erprobt ok das spannende ist nachher factory von red skin aber wir lassen uns abwarten wir lassen uns überraschen was dann nachher rauskommt immer noch die mb5 sehr abgeranzt da gehen wir schon richtung abgenutzt mit kampfspuren so in die richtung die awp sieht jetzt von der factory relativ gut aus 0,18 sind wir bei minimalware noch oh da ist der red skin vorbei getackert negev willkommen negev auch hier sind wir schon bei fn ok die cz hat natürlich auch noch gefehlt es ist allgemein vom look her sowieso schon so ein bisschen abgeranzt da ist glaube ich scheiß egal was für eine factory nachher rauskommt aber wir machen mal weiter gleich kriegen wir noch ein top of the block ein purple skin und statrack auch nicht verkehrt was haben wir hier 0,16 müsste einsatz erprobt sein wir gucken wir nachher nach wieder die awg sieht ziemlich abgeranzt aus der kleine bruder von der awg auch hier müsste sogar fn sein sieht man kaum im unterschied ja knapp aber hier haben wir einmal nochmal statrack gezogen auch nicht verkehrt noch zwei stück haben wir mal gucken was noch rauskommt noch mal ne die mag mich heute letzte case jetzt können direkt vorbeigelaufen ist immer böse und da haben wir noch einmal die diegel drin wie gesagt finde ich vom skin her eigentlich sehr hübsch sieht echt holz mäßig aus mal gucken was wir daraus haben also wir fangen von hinten an wir haben einmal die deshalb die blaue schicht die wäre einsatz erprobt dann geht es weiter mit der mp5 einmal einsatz erprobt einmal statrack abgenutzt dann haben wir die awg minimalware einsatz erprobt die sg haben wir dann einmal statrack einsatz erprobt cz einsatz erprobt ja in der fabrik neue negev auch nicht verkehrt einsatz erprobter awp nochmal in der mp5 abgenutzt in der aug nochmal einsatz erprobt jetzt kommen wir hier zum minimalware ist nicht verkehrt für den purple skin können wir uns gerne nochmal angucken ist echt nicht verkehrt gefällt mir hauptsächlich auch sehr gut ich habe glaube ich noch gar keine im standard bild könnte sein dass es eine wird wobei ich die echt viel zu selten spiele dann kommen wir jetzt einmal zu unserem red skin wir schauen uns nochmal an ja sieht ziemlich abgenutzt aus wir gucken mal genutzt schau mal nachher mal in der statistik die ich euch einblende was diese waffe so schönes wert ist jetzt haben wir hier nochmal die negev die wäre dann auch minimalware und wir haben am schluss noch einmal die mp5 auch hier haben wir minimalware so das war es vom unboxing brisma 2 case und wenn euch das video gefallen hat ja dann lasst gerne mal ein like da dann schauen wir mal was wir als nächstes aufmachen ansonsten seht ihr jetzt hier einmal die grafik was wir am plus minus gemacht haben und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten video lasst gerne ein like da abonniert den kanal macht's gut haut rein habt einen schönen tag bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ich hoffe